hallo leute und willkommen hier bei me apple cat ja einige von euch haben es gemerkt ich habe einige betas geschwänzt hier von apple und von ios 12.3 aufgrund von naja sagen wir mal persönlichen problemen oder zu viel arbeit im persönlichen umfeld zu viel stress ich bin einfach nicht dazu gekommen tut mir leid freunde aber seid soweit beruhigt es gab auch nicht allzu viel zu berichten ich habe die beta 3 hier auf meinem iphone 6 ausprobiert und habe die runtergeladen und meine üblichen tests gemacht dann natürlich auch hier die beta 4 die auch schon nur 94,3 megabyte groß war nicht besonders viel und auch da gab es nicht wirklich viel zu berichten und jetzt gibt es eben ein paar lustige katzenvideos fotos dann haben wir jetzt die beta wo ist sie denn die beta 5 und hier gleichzeitig noch was bei ebay also ios 12.3 developer beta 5 ist da und war gerade mal 67 megabyte groß hier auf dem iphone 6 aber auch auf den anderen geräten war das ein richtig kleines kleines update gewesen da gibt es nicht viel zu berichten eine sache kann ich euch noch sagen was mich hier richtig genervt hat und mir ein negativ aufgefallen ist in der beta 3 und der beta 4 ich hatte öfters mal hänger hier bei den einstellungen immer wenn ich die geöffnet habe ihr habt gesehen es dauert hier einen kleinen moment ist natürlich ein älteres gerät aber die öffnen sich schon relativ flott aber ich hatte ganz oft hänger habe ich aufgemacht und dann war das ding komplett eingefroren ich konnte hier gar nichts scrollen nix bewegen nix anklicken das hat manchmal so 20 30 sekunden gedauert bis das geklappt hat das ist mir hier in der beta 5 jetzt nicht mehr untergekommen und auch sonst performance mäßig läuft und flutscht hier alles ja so wie es sein soll kommt mir sogar noch ein bisschen flüssiger und schneller vor wie in den anderen betas aber da kann ich mich auch täuschen das ist so eine subjektive empfindung von mir und im prinzip kann man wohl sagen ja apple ist hier fertig mit ios 12.3 denn wir haben ja hier ja sowieso kleine mini updates da kommt nicht mehr viel es gibt keine neuen funktionen keine neuen features das einzigste was ich jetzt hier noch sehe ist dass diese feedback applikation hier noch drauf ist auf dem gerät das heißt wir haben noch nicht die gold master version oder die gold master version also die die im endeffekt dann auch wirklich ausgeliefert wird an alle also wird da wohl noch was kommen vermutlich wir hatten ja auch schon einmal gehabt dass die feedback application noch da war und dann war das trotzdem schon die golden master aber ich vermute mal einmal kommt noch was aber erwartet keine neuen funktionen und keine neuen features da wird nichts mehr kommen denn wir haben ja jetzt schon anfang mai und das heißt in weniger als einem monat ist die ww dc und dort wird ios 13 vorgestellt freunde und damit ist hier ja ios 12 geschichte und das gleiche gilt dann auch für einige geräte die nicht mehr unterstützt werden ich denke apple hat hier noch ein bisschen auf poliert schaut dass die älteren geräte noch ordentlich dastehen da die nichts neueres mehr bekommen und dann haben wir jetzt hier unsere ios 12 version ich denke mal das offizielle release wird so mitte mai bis spätestens 20 21 mai kommen dann könnt ihr euch das hier wahrscheinlich alle runterladen und anfang juni gibt es dann ja auch schon die erste beta von ios 13 und da bin ich mal richtig gespannt drauf da freue ich mich echt total drauf und ja wir wollen alle mal sehen was richtig neues neues design neue funktionen ich denke da wird apple uns nicht enttäuschen ich habe hier mit jeder beta den geekbench laufen lassen freunde hier am 22 april das war die beta 3 gewesen im single core mit 1603 und 2750 im multi dann die beta 4 am dritten mai da seht ihr wir haben im single einen punkt mehr das ist ein messunterschied also eigentlich gar kein unterschied und neun punkte weniger im multi und dann haben wir hier aktuell vom achten mai die beta 5 mit 1500 97 und 27 53 also im multi etwas zugelegt im single etwas ja runtergefahren aber im endeffekt ja da tut sich nichts mehr also das sind so marginale kleine unterschiede hakt es einfach ab freunde es gibt nichts mehr zu berichten über ios 12 das ist ausgereizt die groben fehler und die ganzen ja problemchen die es vielleicht nicht mehr zu berichten vielleicht nochmal gab ich konnte keine mehr finden scheinen soweit ausgemerzt zu sein das ding ist fertig um auf die masse losgelassen zu werden und jetzt wird nur noch nach vorne geschaut auf ios 13 und ich werde auch erst glaube ich zu ios 13 das nächste beta video machen vielleicht noch kurz euch sagen wenn hier der final release von 12.3 ist aber ansonsten sehen wir uns mit der beta 1 ja von ios 13 wieder anfang juni da habe ich richtig bock drauf und da freue ich mich drauf freunde das wäre es gewesen für dieses video ich bedanke mich fürs zusehen freunde und wünsche euch eine schöne zeit bis zum nächsten mal macht es gut bis zum nächsten mal macht es gut